...über das Treffen war. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Welles. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Lieber nicht, aber danke. Sie weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt. Vamonos. Konzentrier dich jetzt, okay? Gerne. Für Jackie. Amen, Schwester. Ich nehm noch ein. Trink so viel du willst. Komisch. So ohne Jackie. Abtick. Lupe scheint mit dem Verlust... Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen Ich muss los Okay, was meintest du? Ich ruf zurück Okay, wieder da Schieß los Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen Man nennt mich El Capitan Sorry, ich muss echt los Und dich nennt man wie? Zurück zu unserem Gespräch Man nennt mich El Capitan Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen Warte mal Ich muss weg Jetzt können wir reden Los Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen Hast du schon gemacht Wenn jemand mit was geschäftlichem zu mir kommt Kümmere ich mich drum Tag und Nacht Verstanden? Ah ja, El Cap Wo wir dabei sind Brauchst du nen neuen Schlitter? Nen Motorrad? Bitte, was? Ich hab alles Echte, gute Preise Neue Fingerabdrücke erkannt Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage Technische Spezifikationen AJKE11 Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI Name Skippy Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen Kapazitäten zu 100% frei Alle Dateien wurden manuell gelöscht Mögliche Ursache Diebstahl Besitzer Unbekannt Lösungsvorschläge Keine Ich hätte einen Ich nehm dich mit Verarbeitung